Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit Jahren wird kontrovers darüber diskutiert, ob wir Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen werden. Das 25-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention bietet nun einmal mehr Gelegenheit, darüber zu diskutieren und Anlass für die Anträge der Opposition. Was da beantragt wird, hört sich zunächst einmal gut an. Kinderrechte im Grundgesetz, was, die stehen da noch nicht drin, das kann doch nicht sein. Aber beim genaueren Durchlesen des Antrags stellt man sich dann die Frage, und wenn man sich auch genau über dem Verfassungsrecht beschäftigt, ist es denn wirklich so? Sind bei uns in Deutschland Kinder noch nicht ausreichend verfassungsrechtlich abgesichert? Wenn man sich mit der Verfassung ein bisschen mehr beschäftigt, erkennt man, dass natürlich Kinder Träger von Grundrechten sind. Das wird hier immer nicht oft genug betont, aber es ist so. Sie sind Träger des Grundrechts auf Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz. Sie sind Träger des Grundrechts auf Leben und Gesundheit, Artikel 2.1 Grundgesetz. Relevant, wenn Kinder zu Hause verletzt werden. Sie sind Träger des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, immer wieder angeführt. Sie sind auch inzwischen nach geänderter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sogar Träger des Rechts auf Pflege und Erziehung durch die Eltern aus 6.2 Grundgesetz. Das heißt, die Rechtsprechung hat da sehr viel schon entwickelt. Es gibt sehr viele Kinder, sind Menschen und die haben dieselben Grundrechte wie Menschen. Ja, nein, weil sie so tun, als wären Kinder bei uns in der Verfassung nicht ausreichend geschützt. Das ist es eben nicht. Ich frage mich, wenn wir jetzt anfangen, Kinder besonderen Schutz, kommen dann nicht auch die Senioren, kommen dann nicht auch zu Recht die Behinderten und sagen, ja, ich möchte aber, dass wir auch einen besonderen Schutz haben. Kommt dann nicht zu Recht die nächste Gruppierung? Und genau das ist es. Das ist mit dem System der Grundrechte, so wie wir es jetzt haben, eher nicht vorgesehen, nicht vereinbar. Ich lese Ihnen mal vor, die, die das fordern, wissen Sie, ich habe ein Jahr Verfassungsrecht gemacht, ein Jahr Artikel 6 Grundgesetz. Nein, aber die, die das fordern, haben sich meistens eben nicht zu tief eingearbeitet. Und deshalb würde ich Ihnen gerne noch mal kurz sagen, was da drin steht. Es gibt hier eine zentrale Norm in der Verfassung, wo das Verhältnis Kinder-Eltern-Staat geregelt wird. Und dafür gibt es auch einen Grund. Ich erzähle es Ihnen nachher. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, würden Sie es wahrscheinlich nämlich nicht wissen. Artikel 6 Grundgesetz sagt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern, das natürliche Recht. Und die zuvörderst Ihnen obliegende Pflicht. Das heißt, die Eltern sind in der Pflicht. Das heißt, es ist nicht nur einseitig das Recht der Eltern, es ist ein dienendes Recht im Interesse des Kindes. Entscheidend ist das Kindeswohl. Sie sagen, wir brauchen das Kindeswohl. Da steckt es drin. Das Bundesverfassungsgericht sagt es die ganze Zeit schon. Und es geht weiter. Satz 2. Über Ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und genau das ist der Unterschied, den wir hier haben. Wir haben eine Kontrolle durch den Staat. Ein natürliches Recht der Eltern und Pflicht, die Interessen der Kinder wahrzunehmen. Aber ein Staat, der nur wacht. Der aber nicht von vornherein bestimmt, was das Kindesinteresse ist. Er darf eingreifen. Es gibt Gegenrechte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes. Er darf sogar Artikel 6 Absatz 3 das Kind von den Eltern trennen, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder zu Verwahrlosen drohen. Und glauben Sie mir, in der Praxis passiert das auch nicht selten, dass Eltern versagen, dass man den Kindern die Eltern wegnehmen muss. Weil wir Kinderrechte haben dürfen. Weil wir Kinderrechte haben dürfen. Auch jetzt Kinder den Eltern weggenommen werden. Wir haben ein ausdifferenziertes System. Das funktioniert. Sie wollen mir doch nicht im Ernst sagen, dass die Kinder bei uns so schrecklich alle leiden. Der Rechtsprechung gelingt es hier einen angemessenen Ausgleich. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, warum sich die, die die Verfassung geschrieben haben, für diesen Ausgleich entschieden haben. Sie haben sich für diese Gestaltung entschieden. Warum? Weil man die Erfahrungen gemacht hat in der NS-Diktatur. Weil es da üblich war, die Kinder den Eltern wegzunehmen, von morgens bis abends fremd zu betreuen. Weil man wollte die Kinder indoktrinieren. Und das, glauben Sie es mir, das ist der Grund. Ich weiß, dass Sie es nicht wissen, sonst würden Sie sich nicht zu aufregen. Aber genau das ist der Grund, warum die, die die Verfassung geschrieben haben, den Artikel 6.2 so gemacht haben, wie er ist. Weil die Eltern ein bisschen Freiheit haben sollen. Und weil nicht der Staat diktiert, was wohl des Kindes ist. Und das ist mein Problem. Was wollen Sie mit Ihrem Antrag? Wollen Sie, dass wir einfach nur eine schöne Symbolpolitik haben, das kann man gut verkaufen, Kinderrechte jetzt auch ins Grundgesetz? Sie haben es nicht verstanden. Wollen Sie eine Symbolpolitik, was wir jetzt schon haben? Wollen Sie, dass der Staat mehr in die Pflicht genommen wird? Oder wollen Sie, und das ist meine Angst, und das ist der Grund, warum ich auch Angst habe bezüglich diesem Antrag, wollen Sie, dass wir noch mehr gegen Recht Kinder gegen Eltern haben? Wer bestimmt Recht Kinder? Der Staat. Wollen Sie, dass jemand vom Schreibtisch bestimmt und das alles besser weiß? Abgesehen von den ganzen Einschränkungen des Elternrechts, die wir jetzt schon haben. Der am Schreibtisch bestimmt und alles besser weiß? Dies will ich nicht. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn man immer nur sagt, von morgens bis abends Fremdbetreuung ist das einzig Wahre. Glauben Sie mir, wir brauchen ein bisschen auch eine Freiheit für die Eltern. Geben Sie die denen, dann lassen Sie das doch. Ich habe einfach Angst, dass eine weitere Stärkung hier wieder genutzt wird, um gegen die Eltern zu schießen. Und in diesem Bereich sage ich, decken Sie noch mal darüber nach. Ich weiß, es ist 70 Jahre her, viele wissen es nicht mehr. Während den Anfängen, es gibt einen Grund, warum der Artikel 6.2 so aussieht, wie er ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Susanne Rüttrich von der SPD-Fraktion das Wort.